Liebe Bevölkerung, Bevölkerunginnen und AfD-Wähler, am 9. März 2016 wurde heimlich auf dem Marktplatz in Jena demonstriert. Dazu wurden blitzschnell sämtliche umliegenden Straßen vor anders denkenden Minder und Mehrheiten gesperrt und geschützt. Die Schuldigen waren neben Polizei, Bundesregierung und Staatsanwaltschaft sämtliche Jenaer Funktionäre der AfD. Dies lehrte die Stadtkasse und beschnitt alle Menschen in ihrem freiheitlichen Willen. Einige kamen nicht nach Hause, andere erreichten keine Restaurants oder ihr Auto und ich kam nicht zum Einkaufen. Daher möchte ich darauf verweisen, bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Ich habe das Recht auf Einkauf. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Und ich werde dagegen angehen. Ihr bekommt, was ihr verdient. Wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Ganz richtig, jetzt wird abgerechnet. Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Sobald die Straßen wieder offen sind, werde ich einkaufen, einkaufen, einkaufen. Verlasst euch darauf. Ihr könnt nichts dagegen tun. Verdammte Scheiße nochmal.